Mit dem ersten jetzt gegen Ettberg, deren fünf. 15 zu 0, dieser Einsatz von Ettberg mit abschließendem Roller am Boden. 30, low. 40, low. 40, 15. Oh, jetzt ist er aber sehr sauer, der gute Ivan. Er hat etwas zu, als er trainierte. Und da waren bei diesem Training mit Tony Roach, seinem Coach. 15, low. Wenn auf dieser schnellen Unterlage der Return gelingt. 15, 30. 30, low. Schöner Ballwechsel. Ettberg am Netz. Jetzt nach diesem Lobball von Lendl fast in Schwierigkeiten, aber nur fast. Ja, da hat Ettberg sich jetzt verspekuliert. Er nahm wohl an, dass dieser Ball ins Aus gehen würde. Das ist Ettbergs Spiel. Guter Aufschlag, perfekter Aufschlag. Okay, Matt, first. Okay, Matt, first. Dieser lange Ballwechsel, das spricht einerseits für die Gegenwehr von Ettberg, der da noch kurz ausrutschte. 30, low. 30, low. 40, low. Game Lendl, change ball, please. Ein weiteres Spiel zugunsten von Ivan Lendl. Ein Spiel zu durchzieht. Out. 15, all. 30, 15. 15. 15. 30, 40. Zweimal der gleiche Fehler jetzt bei Ettberg. 30 zu 40. Es wäre das Ganze vielleicht umgekehrt. Deuce. Rechtmöglichkeit vorerst einmal weg. Advantage, Ettberg. Ordendlich. Halt ihn mal auf. Enst in! 15 all, 2nd set. Ja, passt. 15 all. Das sehen wir noch einmal. Da Rindl gerade soeben noch und dann wieder diese Rückhand, die diesmal 1.30.15. Das hatten wir schon beim ersten Punkt in diesem Spiel. 30 all. Ganz kurz übers Netz. Da hat Etzberg aber aufgepasst, denn er hätte auch annehmen... ...und gefährlich der Return. ...einstand. Aber der Schwede hat Nerven. Ja, Etzberg hat Nerven und die Returns von Lendl, die werden immer besser. Und da ist der Satz und der Zweite. ... ... ... ... ein wunderschöner Return geschlagen von Ivan Lendl. 6 zu 3, der erste an Etzberg. 6 zu 4, der gleich bei den Service durchbrüchen. 15 all. ... ... ... ... ... ... ... Von der Grundlinie, den Ball so zurückzuspielen, jetzt der nächste Ball dann, genau an Lendl vorbei. 14, 15. Game under, first game, third set. 15, last. 30, last. 40, last. Was für ein Alt. Ganz kurz hinter dem Netz und dann erst noch. Ich würde sagen, Edsberg ist wieder der Alte. 15, last. Auf der Linie der Ball. 15, beide. Das Ganze noch einmal mit der Rückhand. Zu kurz der Lopp von Edsberg. Eine Einladung zum Smash für Lendl. Game under. Die Auflage von Lendl ist genau auf die Linie. Und dann. Das Ganze noch einmal mit der Kちik shop.